Die Zeit muss ich 42,96 mit einem Fehler. Am Starti 44, Johanna Lohr mit Lio. Das war eine Verweigerung, eine Verweigerung. Sind die 45 bitte an den Start? Das war eine Verweigerung. Das war eine Verweigerung. Das war eine Verweigerung. Das war eine Verweigerung. Das war leider ein Diss. Und das waren zwei Verweigerungen in 59,56 Sekunden. Weiter geht's hier mit der Startnummer 44, Johanna Lohar und die Dio. Und die 48 fehlt uns noch. Und die Dio. 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 Und die Dio.